Ich heiß Tinkerbell und ich Periwinkle. Hallo, mein Name ist Mannika Bristow und ich spreche die zauberhafte Fee Periwinkle aus dem neuen Disney-Film Das Geheimnis der Feenflügel. Das ist der Frostforst. Wow! Und das ist Spike. Jetzt komm schon Spike, wir müssen üben! Hallo meine Lieben, hier ist die Stefanie Heinzmann. Ich weiß, ich weiß, bin ihr schon dabei? Also ich hier darf die Spike sprechen und ganz ehrlich, also ganz insgeheim mega Freudensprung und ausgeraste, weil ich bin wirklich der absolute Disney-Fan. Da drüben ist eine ganz andere Welt. Unglaublich! Deine Flügel, die funkeln ja. Zum Glück darf ich die Schwester sprechen und das ist natürlich eine große Ehre. Du bist meine, dann sind wir. Schwestern! Jetzt erkennen die beiden, dass sie Schwestern sind. Ein sehr spannender Moment. Schwestern? Hey, das ist ja fantastisch! Ihr zwei seht ja total gleich aus! Ich meine, abgesehen von den Kleidern und den Haaren. Und Peri ist ein bisschen blasser, aber eure Nasen sind sehr ähnlich, wirklich! Vergiss die Nasen! Sie ist eine Warmfee, hier im Winter! Du hast recht! Wir müssen ihr alles zeigen! Oh Mann! Gehen wir mit ihr zum Eisrutschen! Und wenn ihr noch mehr von Tinkerbell und Peri Winkel sehen wollt, dann geht doch ab dem 15. November ins Kino. Da könnt ihr euch so richtig verzaubern lassen! Disney ist das Geheimnis der Feenflügel! Der Feenflügel Der Feenflügel Der Feenflügel Der Feenflügel Der Feenflügel